ARD Text im Auftrag von Funk Oh, verflucht. Was ist denn? Ich hab mit ihm geschlafen. Weißt du noch das Wochenende mit dem, der so gut gerochen hat? So nach Butter? Ja. Das ist ja vielleicht hässlich. Hi. 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 Ich bin schwanger. Oh, scheiße. Was ist? Sechs Monate? Warum strampelst du nicht? Ist das krank? Nein, keine Sorge. Es ist eben ein verfluchtes, hinterlistiges Ninja-Baby. Das ist mein Vater? Wirklich? Mit dem Typen hattest du Sex? Außerdem ist es deine Idee gewesen, dass ich in dir, in dir komme. Ich kann überall kommen, meinetwegen auch in die Kaffeemaschine. Du musst es nur sagen. Spritz in die Kaffeemaschine. Boom. Schon erledigt. Willst du es weggeben? Ich will mit dir auch nichts zu tun haben. Ich weiß auch, dass du schwanger bist. Aber daran denke ich nicht als erstes, wenn ich dich sehe. Meistens denke ich, wow, diese Frau ist ein Wahnsinn. Ich hatte Sex mit ihr. Ich kann mir ja wiederholen. Ich glaube aber echt, ich wäre ein guter Vater. Ich bin sicher, du wärst eine tolle Mutter. Aber ich habe einfach null Lust auf Mama sein. Blut und Hellenquall! Blut und Hellenquall!